Chris Evans, bekannt für seine Rolle im Marvel Cinematic Universe, wird zusammen mit seinen A Starting Point Partnern Mark Cusson und Joe Chiani mit dem Spirit of Service Award geehrt. Mit dieser Auszeichnung, die bereits an Persönlichkeiten wie Jeff Bezos und Laureen Powell Jobs verliehen wurde, werden Personen außerhalb der Regierung geehrt, die einen wichtigen Beitrag zur Demokratie leisten. Die Auszeichnung wird bei der Verleihung der Samuel J. Heyman Service to America Medals am 11. September im Kennedy Center in Washington, D.C. verliehen. Evans, Cusson und Chiani gründeten A Starting Point im Jahr 2020, um das bürgerliche Engagement zu fördern und eine Verbindung zwischen den Amerikanern und ihren gewählten Vertretern herzustellen, wobei der Schwerpunkt auf der Aufklärung der Jugend über Regierungsprozesse liegt. Mit den Service to America Medals, auch bekannt als Semis, werden herausragende Bundesbedienstete geehrt. Für die diesjährige Veranstaltung wurden 25 Finalisten aus über 500 Nominierungen ausgewählt. Zu den Sponsoren gehören Google, Lockheed Martin und Microsoft.